Das Brautkleid kostet 850 Euro, die Tracht des Bräutigam 1200 Euro, der Brautstrauß 55 Euro, das Styling der Braut 350 Euro, die Käsetorte pro Person 8,50 Euro, die Gentleman's Bar pro Person 25 Euro, die Eheringe 1800 Euro, die Papeterie pro Person 18 Euro. Es gab einen Aufpreis für das besondere Gedeck pro Gast 5,50 Euro, Floristik und Dekoration pro Tafel kostet 150 Euro, die Raummiete lag bei 550 Euro, die Preise für den Suite Table 6,50 Euro pro Person, die Freitrauung kostet 1400 Euro und die Fotografin würde für eine Ganztagesreportage 2500 Euro bekommen. Wie viel würde diese Hochzeit bei 60 Gästen kosten, wenn du pro Person noch 120 Euro für das Catering dazu rechnen müsstest? Schreib mir bitte in die Kommentare, ob du mitgerechnet hast. Hier kommen nochmal die Preise.